und ein bisschen holz mal wieder sagte ja bis wir selber ein bisschen unabhängiger sind müssen wir uns auf das holz der karawane ein bisschen verlassen weil ich schicke ungern meine leute raus zum holz hatten zumal wir nicht sehr viel holz draußen haben wolle wolle sachen zum einschmelzen die kupfer trommel zum beispiel eine bronze trompete einfach die billigen sachen mal mit dem kupfer toy boot kupfer toy hammer spielzeug ax die schön billig große toy hammer ohne turkey hand die nehmen wir auf jeden fall mit turkey hand dank donkey brauchen wir nicht so eine sau brauchen wir auch nicht katze auf jeden fall nicht aber einen tin cage nehmen wir auch wenn der ein bisschen teuer ist die katze wäre auch in dem tin cage aber dieses weiblich bloß nicht bärbel bärbel fischer longland bier bärbels braucht mit alkohol brauchen wirklich nicht kupfer krumm schwert das nehmen wir kupfer warhammer der ist billig den nehmen wir auch ein woher wird die eigenen pick ist sau teuer du kupfer short sort das ist genommen noch ein kupfer warhammer daraus machen wir dann unsere picken nämlich die kopper pickt naja super kopper flail ironwip branche vip das brauchen wir alles nicht ironbuckler copperbuckler der ist schön billig nein von hier brauchen wir nix das ist jetzt alles rüstung kleidung und so weiter ich hätte gern mal eine kiste mit leder ja aber muss nur was sagen die ganze kiste ist nur 75 wert klopft bild ist dafür mehr wert und noch eine lederkiste die nehmen wir auch gleich und noch eine lederkiste dann wird wir wieder leder haben im haupt mal und sich doch das leder von und so weiter brauchen wir jetzt erst einmal nicht leder haben wir jetzt auch genug eingesackt dumm 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 alles klopf und leder brauchen wir alles nicht okay was bist du du bist ein amulett brauchen wir nicht bolzen branche bolzen die sind nicht teuer und die kupfer bolzen auch nicht die kupfer bolzen da sind schon teurer da kommt wir sehen wir sie auch mal wir haben ja genug zeit zu vertauschen also am bosse die werden auf jeden fall mitgenommen ein bisschen was zu essen können wir uns auch leisten wir haben bei der elfenkarawane ja nicht viel vertauscht also gibt es erstmal ordentlich was auf den speiseplan und ja eigentlich sollte man nicht so viel zeug in die küche werfen ostern lecker obwohl die austern sind frühe jacobs muscheln sind die leckeren gut white strawberries redweed das kennen wir vorher weil die herbst die kaufen wir mal ein paar so also ja man sollte eigentlich nicht zu viel verschiedenes zeug zum verkochen kaufen weil da die zwerge immer wählerischer werden aber ich denke das geht soweit in ordnung aber ein bisschen käse danke water buffalo cheese so ich denke mal das dürfte es jetzt gewesen sein splints und quatsches brauchen wir nicht also für das ist eigentlich für das krankenhaus nachher was wir auch irgendwann mal bauen sollten aber im augenblick brauchen wir das nicht so jetzt werfen wir mal von unserer seite ordentlich was rein hier ist leider nicht viel von wert drin das ist wahrscheinlich immer noch dass die bin die vorher gelagert war aber hier sind wertvolle sachen drin nur immer aufpassen dass ich nicht aus versehen irgendein artefakt mit vertausche aber das müsste ich ja am wert sehen können dass es ein artefakt ist so zeug 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 so wir sind noch nicht im grünen bereich und wir dürfen nicht vergessen dass wir ihm auch über bezahlt müssen also müssen mindestens 6000 an wert zusammenkriegen aber das dürfte ja kein problem sein so viel krafts wie wir haben gab es die crown scepter ring so auf die 6500 an wert müssen wir kommen so so ja kommt ordentlich was zusammen was wir jetzt da vertauschen und immer aufpassen dass wir die kisten nicht mit weg vertauschen so 6500 genau Trade Und der ist Ästhetik mit dem Handel Jawohl Also können wir die Bins mal wieder Wegpacken So, so und so Und können unseren Trader wegschicken Gut Steine siegen hier immer noch rum Also wir haben jetzt gehandelt Wir haben Sand gefunden Das sagt hier unten Unser Unser Glasfurnace braucht Mason Jobliste sind nur noch Zwei Wurden Bins zu machen Holz haben wir ja jetzt Ist wieder genug Netzwerke kommen und holen alles mögliche da raus Wie viel Charcoal haben wir jetzt in dem Stock Blocks Ne, nicht Blocks Sondern Bars 20 Naja das reicht ein bisschen War lang Eigentlich auch nicht wirklich sehr viel lang Aus Wird hier überhaupt was hergestellt Ja, Iron Picks So, ich sollte demnächst dann mal Noch zwei Räume hier einrichten Zwei solche Einen für den Captain of the Guard Und einen für Den General Fangen wir mal kurz bei den Nobles rein Also ja Captain of the Guard Und Militia Commander Die sollten beide Sachen Haben Und unser Glasfurnace hat sich wieder mal als Major eingeschlichen Das will ich gar nicht Du bist der Major So Werden hier heimlich Wahlen abgehalten Nur damit ich überstimmt werde Dass ständig mein Major Mein Anführer gewechselt wird Oder schmeißt der hin Weil ich seine Mandate übersehe Gut Müssen wir auf jeden Fall warten Bis das Riesending hier ausgehoben ist Was macht mein Smith Der ist So Jetzt gucken wir mal kurz Hier müsste eine Turkey Hen sein Und hier habe ich Noch eine Turkey Hen Ja Hat sich voll gelohnt Naja gut Ähm Penpaste Stray Turkey Hen Die muss hier rein Bitte Die wird auch da reingebracht Was sagen meine Seeds Plum Pemitspawn haben wir Pigtail haben wir Caveweed Seeds Und sweetpods Sieht sie gerade nicht so gut aus Wie sieht es bei Caveweed Und sweetpods Haben wir jede Menge Caveweed Hält sich in Grenzen Äh Was sagt er eigentlich Wow Also erst einmal Geben wir in Nicht in die Stocks Entschuldigung Geben wir in die Kitchen Und sagen erst einmal Wie sieht es mit den Plum Pemits überhaupt aus Also Plum Pemits Sondern erst mal nicht mehr Verkocht werden Und auch nicht verbraut Und Pigtails Auch nicht Verbrauchen wir erst mal Nur sweetpods Und Sweetpods Und caveweed So Und zwar ganz dringend Sonst geht das trinken Langsam aus Und ihr seid noch Beim Essenskochen Ich glaube Den Task Also den oberen Task Den Kennst du nicht mal Das Fett hier Verarbeitet wird Designation sagt Sie sind hier Fertig Meine Masons Dann machen sie Wahrscheinlich Demnächst mal Hier so Fertig Oder Was machen sie Gerade Detailing Floor So ein Creature Ah Die sind doch Noch nicht ganz fertig Ah ja Jetzt sehe ich es Ein bisschen Flur Zum Detailen Haben sie noch Und dann sollen sie Mal die Bodenplatten Darlegen Wo sie noch nicht Gelegt sind Die Bodenplatten Ja Dessen kann ich mich Mal hier umgucken Okay Du gehörst Zum Tennis Shop Du bist Lehmboden Ist teilweise Ein bisschen Schwier zu sehen Gabro Gabro Okay Haben wir ja hier Nicht so viel Was wir legen Müssen Aber wir haben Nicht genug Gabro Blöcke Glaube ich Hier wird Ein Gabro Flur Gemacht Jupp Hm Oder wird da Granit Genommen Ne Ich glaube Es ist Gabro Oder Granit Äh Granit Block Okay Das heißt Hier oben Werden wir Granit Benutzen Und wir Kriegen Wieder Geschlachtete Hunde Aber immer noch Keine Welpen Hier oben Kann das sein Ich sollte Lieber Den Animal Training Raus machen Weil ich glaube Da paaren sich Die Hunde Nicht Ich glaube Schon mal Sowas gehört Zu haben Was sagst du Du sagst mal Possessed To Bags Repeat Und Um Q Cloth Bag 30 Stück So Ja Hier sieht das Gut aus Die machen Jetzt Build Die bauen Jetzt Buildings Auf Sehr Schön Ich glaube Beim Eingang Hoffe ich Mal Ja Sieht So Gucken Wir Mal Bei F3 Runter Jawohl Da hat Sich Auch Schon Mal Was Getan Designation Channeling Und Zwar Würde Ich Gerne Channeln Hier Bis Ah ne Erst einmal Meinen Wir Noch Mal Und Zwar Mitte Des Raums Ist Hier Hier So Bis 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 Vielen Dank.